Ardha Padangushtha Dhanurasana in Anantasana Der halbe Bogen in der Seitlage. Vivian zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist die Bauchlage von hier. Legst du dich auf die Seite, was ja Anantasana ist. Dann beugst du ein Knie und fasst an den Großzeh. Und dann kommst du zum Umgriff. Das heißt, du drehst den Arm so, dass du das Bein im vollen Bogen hast. Du bist also so auf der Seite, deshalb Anantasana. Du fasst vor allem an den Großzeh. Deshalb Ardha Padangushthasana. Padangushtha ist der Großzeh. Und so ist es die halbe Großzehbogen in Seitposition. Diese Stellung entwickelt die Flexibilität in Oberschenkel und Hüftgelenk. Auch in der Schulter und in dem Oberarm. Und ist eine gute Übung, um dabei auch die Bauchorgane zu dehnen und die Bauchdecke zu dehnen. Und es ist öfters mal gut, neue Stellungen auszuprobieren. Den Namen hat vermutlich Daniel Lakerda kreiert in seinem Buch 2001 Asanas. Alle Infos zu allen Asanas auf www.yoga-vidya.de